Servus, Hobbywanderer Chris, unterwegs mit neuer Rubrik, die nenne ich jetzt einfach mal um und durch Ortschaften des Landkreises Freising. Der Beginn ist diesmal in Attaching, ein Stadtteil von Freising, die Umgebung von Attaching und durch Attaching. Ja, viel Spaß! Die Umgebung von einem kleinen P体 verkligen zum Personal Entfernte Starrer Karl Runderer Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020